so ein wunderschönen jachim ist aufgefallen dass da ein bisschen raumschneid im hintergrund war das lag daran dass mir mein kabel zwischen die rechner gefallen ist und da diverse stark schrumpf also stark schon als netzspannungskabel liegen und natürlich mit wechselspannung ganz schönes fehlerfeld induzieren habe ich jetzt ein bisschen anders gelegt das kabel auf den rechner drauf ja daher hört er jetzt noch die reinen lüftergeräusche meiner rechner praktisch eine sanfte atmosphäre die den raumklang kompletisiert perfekt also doch inhaltlich so ja jetzt erstmal ein bisschen hardcore survival game also ist da schon steht am titel realism tactical mode und dann werde ich heute wieder die anderen bayern das spiel also 2002 also 2002 in dem odysee und dann wird anregen zum glück sind diese uns nicht so schwer weil die halt so diese feuerbild verspissen anders als irgendwelche hitrunner wie hier diese kanten kack ja wie sowas ich sehe euch oder auch nicht nicht anhalten so jetzt mal aufwecken so war das gut ich habe keine ahnung was mit dir los keine gewalt du bist da was wenn das ding total tot ist kaputt ist kaputt ist kann ich dich einfach mal verstehen hier so perfekt wow alter what the fuck bleib ich erst mal nicht aufs gitter hängen goddammit das geht doch wohl einfach direkt vor meiner fressen so ein scheiß ja chad gunner chad gunner chad gunner power by shabab so und ein bisschen muni hier einsammeln wobei unsere muni äh relativ cool aussieht sogar keine ahnung wer das kommt haben wir in der vorigen map gut gesammelt oder muss ich da aufhören boah kleiner egal gucken wir mal später drum kommen wir besser ran kommen wir besser ran gott meine stimme jetzt hier ok jetzt wird alles aufgeräumt ähm oh oh noch wer was wer schießt hier fuck wer schießt denn hier eh hier kommt doch gerade gar keiner hin davon her ne geht auch nicht ach hier kann man gucken ob das ding schon offen ist ja ist offen und natürlich auch schon den Scheißwevernand der Wevernand der alles veränderte Teil 3 ab morgen Kino so hier ist alles ruhig aber von wo wurde denn grad geschossen von da oben oder was hier ist ja auch noch einer hier ist alles ruhig ok hier ist alles ruhig Gott kann ich ruhig springen aber ja nice danke so so jetzt kann ich dich mal genau oben ich wollte euch die Kratikernitze erledigen aber gut wah alles gefackt der war doch schneller da als ich dachte so jetzt ist er jetzt weg ich geh ein bisschen mal hier rauf er kommt ähm ich schieb mal nach unten ich schieb auch mal nach unten so jetzt geht's hoch ok so hier ist jetzt ein Pin da genau hier so gehen wir schon raus oder machen wir jetzt mal hier drinnen oder ordentlichs dauer ich mach jetzt mal drinnen und dauer ich mach jetzt mal drinnen und dauer komm ich von hinten dran? aber geht so wow quack oha der hat gesessen von da hinten der steine so ich mach jetzt mal hier drinnen und dauer damit ich den Rücken frei habe er kommt rettet euch da ist ja noch einer was macht der denn da ja tot gefällt mir ist das viel besser komm mal her komm mal her komm mal her dankeschön so dann rüber mal ein bisschen verräum so da fällt mir nur auf hier mach ich von einer andern Seite am besten noch mal speichern, keine schaden, ok, ab nach draußen haben wir schon umgebracht, den mörder aber haben wir uns wieder unten schon gesehen ich gehe am besten unten lang danke na komm da da optional so ich glaube ich den gerade nicht gesehen so gut sie haben wir noch gar nicht so dann wagen wir mal den sprung das war schon mal schief ach so erst mal aufmachen das schiebe ich mal kurz ins wasser, du bist mir zu gefährlich andererseits, na gut, jetzt gehe ich dann direkt mal runter das war schlecht na gut, scheiße, die sprung noch gar nicht nein hä? ähm Momentchen mal ja lol hier ist der weg der nach oben fährt und deswegen ist hier auch kein Schaden programmiert da haben die Entwickler ein bisschen geschlappt na gut umso besser für mich ne ich meine man soll sich ja nicht darüber beschweren wenn es ein Blut geht so du kommst nämlich mal nach da dann bist du nämlich nachher für die Pinkies eine schöne Waffe also schöne Überraschung ja Powerpoint Überraschungseier.com sooo ah nein 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 ich will nicht mein letzterer Arsch Alter jetzt geh mal das ist ja immer so schlittert fuck ich bin da schon legiert du bist ja ruhig ne ja so hä ja eben das hier wollte ich doch ich bin doch behindert ich brauche jetzt raus ja ich brauche jetzt raus alle weg wo wo so ich habe bereits volles Magazin ist auch nichts gut noch weiter Dankeschön so und auch ach klar sie ist durch durch ich durch das das ist ja genial Okay. Wow. Ich werde beinah runtergeskillet. Gut. Okay. Achso. Ah! Da war ja was. Der lebt noch? Nee, der lebt noch nicht. Gut. Ich gehe mal von der anderen Seite über. Das macht mich ein bisschen lichter. Komm her, Pinky. Ich höre dich. Hab ich nicht gerade gedacht? So. Dann wollen wir mal. Woah. Was? Hüpp noch mal. So. 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 Fuck! One more! No! War das eine gute Idee? Ich hab keine Ahnung. Ah! Wo ist denn her? Hm, weißte ich nicht. Das war keine gute Idee. Wie soll ich denn jetzt von hier oben ab angreifen? Ach Gott, bin ich dumm. Jetzt kommen wir alle hoch. Oh Gott, ich hab sowas verloren. Fuck! Los geht's, Wah-Nar-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem-Gem. Ich habe noch eine gute Idee und auf deine Frage zu erhalten, wie ich von hier oben weggehe会 warst. Ich habe zu empfehlen die Haut fest, die Augen zu oft verspreidenst. Ich versucheсь, was aber auch, dass ich alles noch nicht kive, anfangen, wenn ich nicht kive. Ich bin der Abeilegung sauer. Ist das blöd, die von hier fertig zu machen? Das geht gar nicht. Gut, ich spring einmal... Ich spring... Ich spring einmal instigant über mich drüber. Ich hoffe, da sind keine Schatten, wenn wir sind. Wow. Ja, da ist ja noch einer. Alter, ist denn hier los? Boah, Alter. Warum hat der denn mein Rechner gerade so gestockert? Was ist denn jetzt los? Hallo? Alter! Wow! Ach! Wegen dem Licht? Alter, ernsthaft? Ist der Unterschied wie alles und gar nichts hier? Oh! 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 So... Nein, das war... Ja, war'n vor 30, 30, 40 bilder pro Sekunde, richtig schön flüssig? Alter, die Bilder pro Sekunde, also du willstst mich verarschen! Warum sollt ein fucking Licht dafür, dass ich nur noch das Viertel oder ein Sechstel an FPS habe? Oh man, ich hoffe echt, dass ganz schnell eine neue GZ-Version rauskommt, GZ-Doom-Version rauskommt und ich hoffe ganz doll nicht, dass die das da gefixt haben. Das ist ja so eine Performance-Bunde, das glaubst du gar nicht. Achso, ich hab bereits 100% Leben, wahrscheinlich viel abgesammelt. Gut, dann haben wir soweit alles, dann können wir jetzt Richtung Blaue Tür gehen. Ja, ich weiß, da gibt's noch ein Secret mit der Roten Tür, aber das nehme ich generell nicht, weil das ist ein Secret, ist einfach nur sinnfrei. Da bekommst du praktisch so eine blaue Perle, also 100% Leben dazu. Leider ist das eine Falle, wo du nur verlieren kannst und damit verlierst du definitiv mehr als 100% Leben und damit sind Verluste größer als diejenigen, also das bringt genau gar nichts. Gut, dann kommen wir jetzt zum Letzten der Gefühle. Ja, hat der Klapp. Okay. Oh, kann man die Kamera nicht mehr zumachen? Das ist natürlich ein Nachhinein. Gut. Oh, scheiße, ich kippe da selber auf. Prag, was tue ich hier? Ich wollte sie alle gerade zu mir locken, aber ich habe dafür schon einen WLAN. Okay. 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 Wow. Dich. Jetzt, guck mal bedroom. Und ich komme wieder aus. Und ich muss mich nicht wissen. Pverbs Designs. Gut, ähm, danke. Was do we fear? So. Ah, HFU zieht. Ja, da, das meinte ich. Normalerweise sollte das nicht so sein. Heißt also, diese Meldung, mit dem man sich weiter nicht tragen kann, sollte sein, wenn ich das aktiviere. Jetzt sollte das eigentlich kommen und nicht jetzt, wenn ich wieder wegmachen möchte. Das ist ein bisschen total buggy. Also, ihr habt keine Ahnung, wer sich darauf gedacht hat. Naja. Ist aber trotzdem schöner. Also, ja. So. Okay. Okay. Wow. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Doch, hat geklappt. Sehr schön. Noch einer überlebt? Also, ich glaub's nicht. Viele von diesen Scheiß überleben werden. Ruhe. Bleib weg von mir. Ja. So. Gut. Dann haben wir ja sowas alles richtig gemacht. Ich hätte auch die Shotgun benutzen können. Davon liegt hier wesentlich mehr Munition rum. Ich vollidiot. Egal. Man darf auch mal verkacken. Gut. Okay. Äh. Wir haben sowas. Ne. Jetzt nochmal. Package. Dankeschön. So. Dann gibt's hier nirgendwo mehr. Oder? Doch. Klar. Ähm. Wo? Da. Hier oben. Äh, da oben. Ja. Alles klar. Yay. Dankeschön. Gut. Dann haben wir wieder 100-100. Das sieht gut aus. Dann können wir jetzt entspannt im Ziel laufen. Ähm. Ja. Genau. Dankeschön. So. Okidoki. Sch회 OK. Schja-Shubumumumumumum. Ja kommt. Mach ich ne. Communication Center. Äh. Quick-Safe Aber ouyo. Ja. Bye-bye. So. Gut. Das war es mit Level Cliff-Undansifu. Und dann gehen wir jetzt gleich für level 3 Nachmittag wieder. Und dann heute. Mal gucken. Da werde ich heute Nachmittag heute abends. das wird die anderen Let cosplays aufnehmen. Joah. Bis dann. Schau mit V